Hi, ich bin's Michael aus dem Kundenservice. Wollte einfach mal Danke sagen für die ganzen tausenden Mails und Anrufer dieses Jahr. Wir verabschieden uns jetzt in die Weihnachtsferien, sind am 27. wieder für euch da. Frohe Weihnachten! 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 Hi, ich bin's Robin. Auch von mir herzlichen Dank für die ganzen netten Nachrichten, Likes, Kommentare, die wir in diesem Jahr von euch auf Facebook, Instagram und YouTube erhalten haben und ich wünsche euch frohe Weihnachten! Bis nächstes Jahr!